so noch zwei nacken kappen und dann haben wir ja ich meine wir wollen ja auch irgendwie den Erfolg mal irgendwann haben was kann der was never mind that so 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 Ich meine, als Todeswieder hätte ich da wahrscheinlich eher weniger von dem gehabt, aber meine Fässer. Jetzt müssen wir... Ich bin ziemlich sicher, dass ich das nicht gemacht habe. Aber sicher. Oh man, oh man. Ach, ich freue mich schon. Das würden wir nicht hinbekommen. So, jetzt müssen wir nur noch die Viecher hier farben. Ich werde nicht in den Tringal reinlaufen. Das war's Donnie. Wir brauchen Schildkröten. Da ist Schildkröte. Oh boy. Jetzt holen wir noch 2. Oh god. Oh god. Probably almost losing. So. Ah, schau mal. Okay. So am besten droppst du jetzt noch eins, oder? Natürlich nicht. Let's go. So. Dann geben wir mal die ganzen Quests ab und sind mit dem Queststrang dann erstmal fertig. Dann kommt ein Geschenk von Bären. Oh Lord. Das sind ne Menge. Ja. Ah. Okay. Wusste ich nicht mehr. Ja, aber es gibt's. Wir sind fertig. Sehr gut. Ich hatte so halb befürchtet, dass Korvac einfach euch fressen würde. Was für eine schöne Überraschung, euch beide heilen und im Geiste zu sehen. Vielleicht ist euch im Loop Konchonk aufzuziehen. Erhaltet den Kreislauf. Er Konchonk ist egal. Euer Fortschritt ist höchst beeindruckender. Korvac-Training scheint gut voran. Und er scheint euch zu mögen. Wir sind zweifeln zwar die beste Wahl um mir seiner Erziehung zu helfen. Ich würde gerne diese Taschen braben. Wir sind fertig. Wo habt ihr das gefunden? Es war klug von euch uns das zu bringen. Das ist ein Stück Bären, das einen anderen Getreuen umhüllt hat. Der Schaden deutet darauf hin, dass Elektroi in Schwierigkeiten stecken könnte. Ich werde mit dem Rat sprechen, um eine Entscheidung zu treffen. Was als nächstes geschehen soll. Erhaltet den Kreislauf. Oh, langsam. Moment, hier den Geistes zieht und lässt ihn von einer Seite kämpfen. Zu der Erwecker sitzt mit meiner Fähigkeiten ein und Gedanken. Er ist wieder so was zu kontrollieren. Okay, ähm. So. Wo zum Fick schickst du mich hin? Nach da oben, ne? Gab es nicht einen Flugpunkt oder so? Ja, doch. Der Wille der Klaxi ist ewig. Das ist doch alles wunderbar. Aua. 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 Bis zum nächsten Mal.